Ich Töööö Der Devil's War Noch irgendwie wat Hier sind noch Kissen Jetzt kommt mal zu mir Bei mir oben Ehh Warte Da hier Guck ich bin hier Wo Wie kannst du den fetten übersehen man Ach du da Lull Richtig fett Wie kann man fette Menschen übersehen Ganz einfach Indem man sie ignoriert Oh ne Banane Ja man Nehm ich so richtig ne N N steht für Nein Nigerian Nogger Für nein hat er einfach nur nein Nogger Wo steht für Osmanen Oh Holzbeilken genau das was ich wollte Ihr müsst abstimmen ihr Plebs Wo bist denn du? Auf dem Schiff? Bist du auf dem Schiff oder was? Ja Lol Was? Junge Was? Was? Basti ist ein Ehrenmann Wo ist bitte mein Sub Wo ist mein Sub Bei dir Emre Jetzt schenk doch einmal den coolster Basch Account ein Sub alter Neu Also ganz im Ernst Was passiert Emre? Junge Da hat der Bastel 10 Subs verschenkt Junge abschimmen Emre Bruder ich bin Gott Danke Master Chief Ich wünsch dir auch ein frohes neues zu Lutscher Schau das sind 1,3,4,5 Schätze Ich wünsch dir auch ein wunderschönes neues Jahr Oh Missionar Ach wir müssen noch abstimmen Ja da war ja was Ja haben wir schon Oh ok Aber die Insel wird richtig schwer So schwer wie unser Gesamtgewicht Schwer wie mein Schwanz Wenn der Sack gefüllt ist mit Prallem Samensaft Die müssen genau das Bitte beim Anker helfen Entsteht für Ne Negroni Daniel Negroni Jaja Machs mich fertig Exel Jetzt helfen wir beim Anker Ankara? Halt die Fris Master Chief du kannst das Spiel über Xbox holen Also den Windows Store Das findest du nicht bei Steam oder Origin und so weiter Ne Basti ich hab keinen Twitch Account Noch nicht erst Mitte Januar Ich bin mit dem coolster Wasch Account hier Ähm Wir müssen genau nach Süden Genau nach Süden Genau nach Süden? Ja Aber ich weiß nicht wie das jetzt mit dem Vulkan ist Weil wenn der ganze Unser Schiff trifft Dann glaube ich dass das auch kaputt wird durchgehen Ja Das wird glaube ich kritisch Na kacke ne Aber es gibt 5 Schätze auf der Insel Ja halt schon scheiße so ohne Schiff ne Und ja Pipi hat nichts anderes zu tun als sich am Arsch zu kratzen ist in Ordnung Typisch Typisch Alter Wie nah die Dinger bei uns entschlafen Naja Hat was getroffen Aber das Spiel ist echt geil Oh ja Vor allem die Grafik ist auch heftig Ja Aber es ist auch gut Sondern mit den Süden-PCs ist halt noch Spiels geil weißt du Keine Zeit für den Perfekt spielen Ohne Verlust von OBS Ey So geil Genau nach Süden perfekt Was ist denn das da? Das Autoreifen Dinger? Oh ne Fässer Aber egal Wir gehen müssen uns nicht anhalten Ist da geiler Luft drunter eigentlich oder? Ne ganz normal Brettern zum Scheiß Achso Ich glaub da was besonderes Wir gehen uns anzuhalten Ne das wird's nicht Ihr straight nach Süden? Ja Direkt nach Süden Ich mach jetzt mal voll den Emre Und leg mal schlafen Hey wieso pennt ihr? Hallo? Das war dein Achselschweiß Der hat das ausgenockt Das hört sich an wie ne kranke Seerobbe Ich bin eine Biene Ich bestäube dich Mach die Robbe Robbe Mach die Robbe Und dann Und dann Tanzi's Nonsens Nonsens Rap rüber ne? Aber wir glauben uns ja vulkanisch nicht aussieht Ganz ehrlich Ich möchte mal einen Song haben Mit dir Und tanze zusammen Alter Das wär doch was Oder nicht Exel? Gar kein Fall Warum nicht? Weil So duett mäßig So duett mäßig Ich hab keine Ahnung Nach wo? Wo ich den anpassen kann Ja da ist aber ne Insel links Deswegen aufpassen Ja da siehst du schon unsere Insel Ist das unsere Insel? Ja Oder? Keine Ahnung Die Leute sind so rot Ne 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 Das siehst du nicht Das siehst du nicht Alter Emre Du hättest Du hättest mir schon immer schreiben können Auf Whatsapp Du hast schon immer meine Nummer Also mach jetzt nicht so o n Schreib da mich mal an o o o Die ist doch so wo da Ja ist echt so Mach das schief Nach rechts Wie nach rechts Ja Texte die sind halt Nonsens ne? Also so wie es ja auch sagt weißt du Ja eben sagst Ich soll nach links Ich soll nach links Jetzt hab ich nach links Da soll ja kein Kontext Da wird das Stück Scheiße Alter Da soll ja kein Kontext bei rum kommen Weißt du Ja nur so just for fun von ihm Ne Emre Ja Wenn du auch Realize so beweglich wärst ne Du läst die ganze Zeit von A nach B Digga Oh geil Nächstes Jahr Äh Kann ich das auch Links 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 Was war das denn? War das Donner? Ne Ja Wie weit nach links? Komplett nach links Das war Oh Geil Die Explosion geil aus Alter Wie geil die Explosion aussehen Ja Ja Sieht mega geil aus Wie geil das Oh Gott Alter Oh Gott Oh war das knapp Alter Wir haben dich ja nicht getroffen Das war Digga das war grad Nicht mal ein Meter mehr Ja Oh der trifft Der trifft Der trifft Der trifft Das wird treffen Das trifft Oder? Jo ich bin äh Star Captain Alter Da passiert nichts Mein Name ist Captain Axel Bart Ja äh Captain Grauechsel Und noch nie Hab ich einen Unfall gehabt Was? Ja Noch nie wurde ich von dem Vulkan getroffen Ja oder PUBG Weiß ich nicht Keine Ahnung Ich werde das doch sehr lange spielen auf jeden Fall Oh Jetzt aber glaube ich oder? Auf gar keinen Fall Ich werde das noch sehr lange spielen Ja moin Junge Ähm Ich muss noch irgendwie bis vier durchhalten Warum bis vier? Was ist da los? Oh shit Oh 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 mein Gott Ich spiel mal ein bisschen Musik Vielleicht hilft das Warten wir zu lang Warten wir zu lang Ist das da vorne unsere Insel? Die große mit den drei Spitzen Ja genau Mit den vier Ja Okay Oh Ja 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 mach mal heile Emre Wir wurden gar nicht getroffen Doch Immer der vierte muss das machen Wir wurden getroffen Von wo denn? Von der Seite Ja hier von der Seite Ja dann reparier mal bitte einer Ja dann mach der Emre Ah doch Wir wurden ganz oben getroffen Ups Ja 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 reparier mal bitte Mach ich Bruder Das kann uns jetzt Der könnte uns auch Na 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 Das könnte uns jetzt Ne Aber wie geil das aussieht Ja wir sind aber außer Reichweite jetzt Ja Oder Nein 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 Oh nein Oh 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 Okay Bitte alle Segel so setzen wie das oben Wie das oben? Wie das oben? Ja Also genau Ja wir müssen gleich Anker setzen Achten Ja dann setzen wir Anker einer ne? Ja ne noch nicht Ja aber einer muss an den Anker gehen Ja ich bin am Anker Ja ich bin am Anker Aber Bescheid sagen Ja Achten Axel bisschen nach links einschlagen ganz leicht Und jetzt Anker setzen jetzt Nein wir müssen warten wir müssen weiter Sonst wird unser Schiff abgeschossen während wir looten Ja warte ich Ja ich geh zum Skeletto Ich töte das Junge Ich töte das Skelett Ihr müsst alles reparieren Ja mach ich gerade Oder scheiße Wir werden abgeschossen man Ja Ich lauf hier gerade hoch Ja aber das bringt nichts weil der Spawn weiter Skelette und die werden dann wieder äh schießen Ja nein eben nicht Da tot Da tot Ach nee Ja Hier ist auch noch ein Loch Genau Karim Ja ja Jawoll Und kann einer nochmal hier Warte ich guck mal unten Mr. Black ist da Zack hier sind alle Löcher zu ne? Ja alles zu Ja Okay nice So jetzt holt euch die Schätze Ja Mein Loch ist aber offen Was war das? Was war das? Was war das? Was das war stark Das war gar nicht Genau was war das? Hey die Fässer können wir verkaufen Das bringt übelst viel ne? Was für was für Fässer? Pulverfässer Naja die bringen nicht zu viel Natürlich Zack Junge Let's go Ihr müsst schon auf die Karte sehen das ist der oder? Ne Mit Karte Mit E Ich hab so viele Karten Ich hab auch so viele Karten Ich hab auch so viele Karten Ja die erste Die erste Junge sind das viele Quests Alter Ja In der Mitte In der Mitte Kommt zu mir Kommt zu mir Wo bist du denn? In der Mitte Vom Vulkan Wo bist du denn? In der Mitte In der Mitte In der Mitte Ja Lebst du noch? Ja Gut Ich hab den noch fliegen sehen Ich hab gerade einen aus Du musst hier in der Truhe Ja wir müssen alle zusammen auf einem weil das ist so viele Skelette Ja Masterchef dann Dann geh doch schlafen Ich hab ne Truhe in der Hand Dann geh doch schlafen Digga Und stehe um 3 auf oder 4 Kost ist ich So ablegen Junge Aber was macht Blibes Finden sie das jetzt durch zu machen Weißt du? Macht doch gar keinen Sinn Bist du auf der Arbeit kaputt und Ja Mikrofon activated Wo seid ihr denn jetzt überhaupt? Leute Ich krabbe an der Truhe aus Aber die sieht richtig krass aus Sind eure auch so krass aus? Ich hab noch nicht mal einer gesehen Wie zu folgenden Warten Hier keines wohnen will Ich hab ein bisschen Schaden bekommen Ich hab ein bisschen Schaden bekommen Ich steck dir meine Bananen in den Mund Ja warte Ich steck dir meine Bananen in den Mund Ich steck dir meine Bananen in den Mund Das war mir klar ne Hast du was gedulds? Ne Bei der Entfernung hat das eh keinen Sinn Irgendwie mit dem Fadenfoto ist ganz zu geil Ja Nein Emre Hilf mir Willst du nur? Ja immer noch da Warte Emre Bleiben wir stehen Bleiben wir stehen Bleiben wir stehen Ja lass uns verstehen Bis wir alle zu haben oder? Ja Schön Schön Schönes Tag Team aber Ne Maler Ingo Maler Ingo Maler Ingo Maler Ingo Was ist das denn? Ich krieg das nicht? Nein Komm Ich krieg jetzt bitte auch mal die Schätze auskramen Und ich kann Scheiß machen Jungen Ich kann kein Scheiß wir suchen Ja wo denn? Ihr habt doch eine Karte Ich kann keine Ahnung Ich hab mir nicht Die Karte fragt mir aber nichts Oh hier ist ein Loch Ja maus das klappt nicht Wir müssen die Kisten nach vorne Ich trage mal die Schrauben nach vorne Ja ich hol das Alles klar Dann lass uns die hier in die Bucht setzen Genau vor das Schiff Ja Dann können wir die nachher Dann können die Ne Dann lass uns das auf den Holzstück setzen Und dann sollen die Kicks halt Die Kisten Ja genau Die machen ja eh nichts Ja die checkt was game nicht Ich mach doch was Die checken das Kartenlesen nicht ne Das sind richtige Plebs Ja Oh ich hab die Kiste gefunden Ich hab die Kiste gefunden Ich hab die Kiste gefunden War die im Wasser oder Ne Am Strand Wo sind's hier viele Boah Wo da was los Die ganzen Kisten hier auf dem Holzstück drauf ne Ja 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 Wo ist die Emre Boah sind die übergaziere Geh mal weg damit Ja du ist eher eine Dann hol ich ja weg drin Ja ich hab keine ahnung Wow Bruder Oh gut ich bin gut gelandet Ey 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 Emre Emre komm her Ja Diese Kiste auf dem Boot Und Nice Du krieg ne gute Kiste Komm mit Mein dicker Bruder Wir haben Oh fuck Wir haben zwei Kisten Leute Wer spielt der Mucke Gute Frage Ah Moritz helft dir Ja mach das Da ist noch ein Register Ah fuck ich bin tot Du bist tot Ja Diese scheiß Gäste hier Achso Belastend Aber da sterben die Skelette auch von Ja ich bin tot Dann bekommst du nichts zu machen Die Dinger schießen einen hoch Und dann ist mein Ripp Lol Ich wurde eben zweimal hochgeschossen Und dann ist nichts passiert Also Nur Nur ganz wenig Leben abgezogen worden Ja Aber wenn das eine Kombination ist Aus 20 Geysiren Und 10 Zigilletten Ja gut dann Äh Dann ist belastend Hm Die Kisten wieder Da ins Käpt'n Haus Na aufs Bett Naja Aufs Bett ja Ich brauch unbedingt schon irgendwo Bananen Aus Versöhnungsbett Hä So drei Kisten haben wir jetzt Oder wie viele haben wir jetzt Oder wie viele haben wir jetzt Wir haben sogar vier glaube ich Oder vier ja Ja aber ihr müsst schon die Kisten ausgraben Die suchen wir Ja Bruder Hä Ich steck nicht mehr in der Nähe von dem Scheißgeist hier Eins zwei drei Vier Also Wie viele Kreuze sind wir auf der Karte Zwei 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 Verflucht du das selber Kann sein Kann sein Es gibt auch die Kisten die weinen Die musst du auf die Blanken stellen weil sonst läuft das Boot voll Ja man Wollen stellen Auf die Blanken es gibt die Kisten auf denen läuft dann unendem Wasser raus Und wenn du die im Boot hast dann läuft das Boot ab Warte wie heißt die Kiste Der hat Ruhe der tausend Krooks Der hat Ruhe der tausend Krooks D D